Diese hier zum Kauf angebotene neue 4-Zimmer-Wohnung befindet sich in Leipzig-Volkmarsdorf. 2016 wurde das Wohnhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon sowie einen Parkplatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 107 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 390.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.